Hallo und herzlich willkommen zu Simtastik. Ich zeige euch heute, wie ihr bei einer Beerdigung einen Moment der Stille abhalten könnt. Was ihr dafür alles wissen müsst, findet ihr jetzt hier im Video auf der rechten Seite. Damit ihr jetzt den Moment der Stille abhalten könnt, müsst ihr eben auf einen Grabstein draufklicken, wählt dann jetzt hier Beerdigung aus und drückt dann jetzt hier einfach auf Moment der Stille. Wenn ihr wollt, dass alle Gäste das machen, müsst ihr eben erst einmal die Gäste herbeirufen, drückt dann erneut auf den Grabstein, wählt erneut Beerdigung und wählt dann Moment der Stille aus. Und schon stellen sich eure Sims um den Grabstein und halten einen Moment der Stille ein. Ja und das war es dann auch schon. Ich hoffe ich konnte euch helfen. Bei Fragen oder Ähnlichem schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!